All righty then Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Shakespeare Fidget Video und den letzten 25 Etagen eines möglichen ersten perfekten Runs für mich. Ihr wisst natürlich, ich bin Pilzer, ich spiele den Ultimate Modus seitdem es den gibt bei dem Legendary Dungeon und auf Server 7 habe ich den ersten Dungeon gespielt. Und ihr seht jetzt, was ich erreicht habe bisher im ersten Part bis Etage 25. Seht ihr drei Epics, 15 Kisten, 6 Schlüssel, 49 Millionen Gold gespielt und nach 50 Räumen hatte ich tatsächlich kein Screen gemacht, weil ich dachte, ich werde eh wieder sterben. Ich habe gedacht, ich werde sowieso nicht weit kommen. Und dann habe ich es doch geschafft, dass ich bis Etage 75 gekommen bin, habe insgesamt 14 Schlüssel gefunden, 12 Epics oder Items, 21 Kisten geöffnet, insgesamt 154 Millionen Gold. Ich hatte zwischendrin den Bein bekommen, der mir Unlocked Doors bringt, dann nach 50 Etagen vollkommen sinnlos, fewer sacrificial doors appear, increased damage from a failed escape attempt by 30%. Und da dachte ich wirklich, nein, ich werde es nicht schaffen, aber ich musste nicht einmal flüchten. Ich hatte sechs Schlüssel auf der Hand, nach 25 Räumen, nach 76 Räumen habe ich jetzt noch drei Schlüssel an der Hand. Und wir fangen hier an mit die Etage 76 und das sieht schon mal nicht gut aus. 21 Millionen Rest HP, wir müssen, ich tendiere ja tatsächlich auf eine Cursed Store, aber Cursed Store ist auch viel zu dangerous. Ich habe hier jetzt den Cursed Mooch-Summen bekommen, 20% Fluchtchance. Also, ich habe gelogen, ich musste schon flüchten vorher, aber ich habe nie Damage bekommen, also nur einmal. Jetzt mit der erhöhten Fluchtchance. Kommen wir nochmal durch, eine Etage weitergekommen. Der erste perfekte Run ohne zu sterben, habe ich ihn noch nie geschafft. Es wäre zu bitter, wenn es jetzt hier nicht klappt. Oh, Kiste, Kiste. Jetzt hätte ich natürlich einen schönen Buff gefeiert. Oh, je, je, je. Ich darf keinen Charme mehr kriegen. Und ich möchte eigentlich auch nicht durch die Tür gehen, denn ich hoffe jetzt, dass wir gleich den Keymaster bekommen, ja, also den fahrenden Händler hier im legendären Dungeon. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ich hoffe, wir kriegen ihn, wir brauchen ihn, wir brauchen die drei Keys für Road to Recovery. Dann ist es machbar. Und dann brauchen wir Unlock-Doors. Unlock-Doors wären halt auch wett. Ich habe erst zwei Unlock-Doors bekommen in gefühlt 55 Räumen. Super. Es war ja klar, dass ich das natürlich nicht schaffe. 80 Etagen ohne Tod ausgekommen und dann hatten wir leider kein Glück am Fluss. Ach Mann, ey. Aber gut, wir müssen genauso weiterspielen. Ja, das ist der Extra-Damage, den wir gekriegt haben, übrigens hier durch diese Blüte. Also ich habe nur Mist bekommen dort nach 50 Etagen. Ja, und jetzt ist er da. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach. Wie ist der Legendary Dungeon für euch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr, wie viel Pils ihr investiert habt. Habt ihr die Epics bekommen, die ihr wolltet? Oder wie sieht es denn aus? Ich habe natürlich auf W1 jetzt schon 4 Ultimate Rends gemacht. Und habe schon ganz gute Items bekommen. Ja, da wird es hoffentlich auch bald legendäre Steine hageln auf dem Server. Hier aber suche ich mir tatsächlich die Road to Recovery aus. Das ist eigentlich prinzipiell ganz nice. Der Buff nehme ich in 80% der Fälle. Manchmal nehme ich aber auch den Tür-Unlock. Weil ich sag mal, der kostet dann 1 Key und man kann 2 Türen öffnen. Und wenn man zum Beispiel den Debuff hat, dass man mehrere Schlüssel ausgeben müsste, dann tut der das aufheben. Also der ist auch ganz nice. Road to Recovery oder hin und wieder auch ganz am Anfang. One-Hit-Army kann man auch nehmen. Ja, das ist nicht schlecht. Jetzt gehen wir auf Buy. Jetzt haben wir natürlich keine Schlüssel mehr. Das ist jetzt der Nachteil, deshalb hoffe ich, dass wir einen Schlüssel im Kampf gewinnen. Oder wir haben Unlock Doors. Unlock Doors. Natürlich kriegen wir keinen Schlüssel. Das haben wir einen bekommen. Ein Schlüssel sind wir noch. Das könnte sein, dass ich noch mal sterbe. Ja. Das brauchen wir nicht. Flüchter hat geklappt. Das war gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Doha. Leider kein Buff. Buff wäre super gewesen. Jetzt müssen wir flüchten. Wenn ich jetzt noch mal Damage kriege, schaffe ich es nicht. Also, ich glaube, wenn ich bei den HP bleibe, schaffe ich es. Oder jetzt ein Buff. Nein, Mann. Ich darf nicht so laut sein. Sorry, Leute. Ich darf wirklich nicht laut sein. Aber jetzt mal ohne Witz. Das ist ja sowas von dreist. Da muss ich die Kämmer machen. Wie denn? Was soll das? Wer braucht denn? Wer braucht denn diesen blöden? Wer braucht denn diesen Buff jetzt hier? Das ist ja belastend. Das ist sowas von belastend, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich mit der Falle jetzt sterbe hier. Das wäre jetzt auch wurscht. Nee, sterbe ich nicht. Ich werf dir keinen aus dem Spiel! Oder hat der Portrait... Ich will doch nicht einfach sterben jetzt noch mal. Das ist doch sinnlos. Ich hatte auch keinen Special Room. Wir hatten keinen Special Room in diesem Gerund. Geil, ich sterbe noch. Ich sterbe noch vor Etage 100. Tja, ob das jetzt geht. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Ja, um eine Million. Es ist... Also, es ist so belastend. Es ist wirklich belastend. Wie kann man innerhalb von 25 Räumen so in den Hintern gedrehten werden? Ja, also... Also, jetzt wäre ja eine legendäre Waffe. Super. Aber... Werden wir ja vielleicht nicht kriegen hier. Die Items ist gut teilweise, ja. Die werde ich auch nutzen auf dem Char, aber hier spielen wir ja entspannt durch, ja. Komm. Naja. Ja. Ihr seht's, Leute. Ich werde es nie schaffen im Leben, einmal ohne Tod durchzukommen, glaube ich. Aber, ich werde euch, wenn es wieder knapp ist, mitnehmen, damit ihr das Scheitern live verfolgen könnt. Zumindest im Video, wenn es schon kein Livestream ist. Also, das war's von mir. Hau da rein. Macht's tschüss. Servus. Äh, was sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.